Du, Mama, wie schaut's eigentlich aus, Kalender für 2023? Wär das nix, oder? Also, ich glaub, das wird zu knapp. Wenn, müssen wir uns ranhalten. Das schaffen wir doch nur, oder? Ja, wenn du das übernehmen willst, dann kannst du das gerne machen. Ich bin doch jetzt Vollzeit am Start hier. Warum sollte das nicht klappen? Ziehen wir vorher das Tor und dann geht das doch. Ich hab jetzt mal grob drei Designs gemacht. Jetzt ist bloß die Frage, welches neben mir? Beim letzten haben sie ja geschrieben, dass ein bisschen wenig Platz zum Reinschreiben war. Aber ich würde einfach schnell eine Instagram-Story machen und die Follower fragen. Ja klar, mach doch einfach. Dann werden wir schon sehen, wie sie sich entscheiden. Jo, meine Lieben, basteln ab. Ja, so in etwa ist das Kalenderprojekt bei uns abgelaufen. Das haben komplett ich übernommen eigentlich, bis auf die Rezepte natürlich. Und ja, was soll ich großartig dazu sagen? Es ist ein Familienkalender. Zwölf neue Rezepte sind drin. Und nach eurem Wunsch hin, haben wir einen Familienkalender erstellt. Ich habe euch wirklich abstimmen lassen. Die ein oder anderen wissen es vielleicht noch in der Story. Und ja, es war eindeutig, dass ihr einen Familienkalender wollt mit Spalten für vier Personen. Und eine Geburtstagsspalte haben wir auch noch hinzugefügt. Außerdem ist im Kalender in fast jedem Monat ein Feiertag oder mehrere. Die sind natürlich auch eingezeichnet. Und auf der vorletzten Seite haben wir euch noch die Schulferien zusammengefasst in jedem Bundesland. Und natürlich die gesetzlichen Feiertage auch nochmal aufgelistet. Wochentag vom jeweiligen Feiertag haben wir dazu geschrieben, dass man gleich sieht. Ah, Donnerstag. Mhm, dann kann ich Freitag einen Brüttentag machen. Ja, das war's eigentlich. Das ist unser neuer Kalender für 2023. Wenn ich euer Interesse gelegt habe, dann schaut es auch gerne mal in der Infobeschreibung. Da findet ihr gleich ganz oben den Direktlink zum Kalender. Wir würden uns sehr freuen, wenn demnächst der Kalender bei euch in der Küche hängt. Ich hoffe, mein kleiner Sketch hier hat euch gefallen und es war nicht zu peinlich für mich. Doch, ein bisschen vielleicht schon. Aber ich hoffe, ich habe euch unterhalten können. Bis demnächst. Ciao, ciao.